Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf dem Premium Wanderweg Biberpfad. Die Wanderung hat etwa 18,5 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Strecke so ist, dann kommt mit. Heute sind wir im mittleren Saarland bei Bärschweiler unterwegs. Der Akku ist fast leer, ich schalte ab. Biberfeste, die Wanderung, die Wanderung, die Wanderung und die Wanderung. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hier sind wir am höchsten Punkt des Beberfahrtes. ZDF, 2020 ZDF, 2020 Angriff Zähne Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Zitzen, Zitzen und Zitzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. 1. 3. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.